Jo Freunde, was läuft, was geht, Gambit Joey ist zurück, eine neue Folge, ich bin heute wieder im Amun Ra Casino, heute geht's in eine Runde Greedy Wolf, lang ist es her, long time no see, schön, dass ihr wieder dabei seid, Abfahrt, 6000 Euro habe ich drauf, Pragmatic Play, Greedy Wolf, mal gucken, wie wir reingehen, wir gehen erstmal aufs hohen Einsatz rein, 40 Euro direkt, egal, wir gehen 40 Euro rein und dann gucke ich, ob ich runter stelle oder hoch, Abfahrt, Greedy Wolf, 320, ja, und am besten Building in Progress, paar Mal rein und in die Freeze würde ich fühlen, 5 Stück brauchen wir an der Zahl, um hier rein zu kommen, Das letzte Mal ganz weirdes Session gehabt, aber irgendwie dann auf 6000 Euro manövriert, jo, und, ding, 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 mach jetzt, einen einzigen, jawohl, Schöner Start, ist doch 40 Euro fach, ist jetzt nicht ohne, sagen wir mal so, naja, jetzt brauchen wir natürlich auch ein paar Building in Progress, sonst bringt das hier nicht, oh, schade, da noch ein paar rein, ey, Und, ja, nehmen wir aber alle mit, auch noch ein paar rein, schmeckt, nochmal zwei Spins mehr, nehmen wir, aber dann musst du auch welche machen, komm, ja, nochmal, 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 komm, mach, ding, Ah, gehört der nicht, aber immerhin einen mehr, nice, irgendwie noch ein paar zusammengefuscht, mal gucken, was bei rumkommt, Ja, 1376, nice, 1,8, nehmen wir, war halt relativ früh jetzt, deswegen, von daher, sehr nicer Start im Game, sind auf 7500, kann er gerne so weitermachen, dass wir uns ein bisschen hochhangeln können, Gehen wir mal auf 45 Euro, wenn er Bock hat, wieso nicht, ah, sehr gefährliches Game, finde ich, kann hier in alle Richtungen gehen, Wenn er mal seinen Leerlaufjahr hat, auf den einsetzen, wie man schon sieht, schluckt er auf jeden Fall ordentlich, Ja, was ist hier jetzt, links war so ein Pop-Up, hab ich weggedrückt, hab mich genervt, Ja, 5 jetzt doch zu hoch, Ja, guter Start, und dann, wie immer, wir fristieren, ah gut, ich hangel mich auch oft so hoch, ne, kann man nix sagen, Erstmal warms spielen, den guten, Ah, ein Bild, Freispieler will ich auch nehmen, auf dem einsatz, Freispieler will ich auch nehmen, auf dem einsatz, Gehen wir, Jawohl, Oh oh oh, Oh oh oh, Oh oh oh, Jetzt bauen wir ein Building in Purgis langsam Ach, ich will auch immer so viel direkt Ja, ich habe einen Schraub, einen Schraub, einen Schraub. Komm mal freispielen. Knall mal was raus. Knall gar nichts raus. Komm jetzt. Wo sind meine Wölfe? Wo sind meine Features? Äh, mein Lieber. Ja, klar. 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 Lass mal nichts gegeben. Es hat einfach nichts gebracht. Ah, dieses Spiel, ey. Ich hab mich auch ein bisschen damit gekriegt am Anfang, dass er da reingegangen ist. Okay, nice. 1616, immerhin. Nice, ja, jawoll. 3526, bam. Zwei Drücker hintereinander, wieder auf 7700. Yes, Tschüss, gut morgen. Junge, 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 Junge. Alter, was war das denn jetzt? Innerhalb von 2 Druckern, bam, bam. Fertig. Gerne nochmal. komm einmal freispieler die frage ist was habe ich jetzt ausgelernt ja tuk 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 1.000 euro spielen wir jetzt auf 50 euro und sonst gehe ich hier raus kommen jetzt einmal in die freispiele let's go wo dann noch mal schönes wolfbild ja der hat aber auch freispiele mangelware jetzt geht der rein dieses spiel ich weiß es auch nicht ich gehe raus 6000 gestartet 6000 wieder drauf wir waren mal auf 7,5 wir waren aber auch mal auf 2 also ja was soll ich sagen ich glaube ich gehe in buffalo king megaways und mache einen bonus bei für euch freunde let's go abfahrt kommen 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 gehen auf den tausender rein schmeckt mal gucken ob er was zahlt ich hoffe doch ok ok noch mal viele verlegerungen was überraschendes der cool das ist komplett öde was ist das auf 2j jetzt noch multis rein multis 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 wir brauchen wir multis machen wir multis ja hätte ich da genug multis würde es sogar gehen da war gar nichts ich habe keinen Bock mehr drauf dann ganz ehrlich da habe ich keinen Bock mehr drauf wir gehen in der runde chicken book oder book of chicken wie auch immer let's go das wurde sich auch mal gewünscht ich hoffe hier können wir ein bisschen book of moan mähtig rein kommen in die freispiele ich hoffe 5300 ist die balance aktuell war hoch war runter nicht lang schnacken kopf in banken einfach 30 euro fach rein da come on ich werde ganz zufrieden wenn du einfach direkt rein gehst nü Komm, Gwen. Ja, die müssen halt immer erst fressen, ne, das ist das Problem, wenn die nicht einfach direkt reingehen würden. Ja! Let's go! Wollte gerade rausgehen, habt ihr gesehen, ne, Auto aufgemacht. Wat ne Session. Mach mal Blume oder so. Ass. Nice, Vollbild würde ich sehr fühlen. Ja, oh, erst drei. Verlänger ruhig. Ja. Vierer ist wichtig. 750. Ja, dumm. Komm, auf Volles ran. Würde mich retten. Komm. Ja, nochmal. Vierer auch gut. Auch gut. Immerhin. 2.000 Euro, ne? Ja. Schmeckt wieder hoch auf 6.000. Und... Ah, es ist nicht einfach heute. Frage ist, ob der jetzt nochmal reingeht. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Komm. Schade. Ich hab irgendwie dran geglaubt. Ja, ja. Und... Ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja. Come get on my line heads. Okay, 5.000 Euro haben wir noch drauf, immerhin für die Session, die ich hier knalle, gar nicht schlecht. Gehen wir in der Runde John Hunter, Pragmatic Play, Mayan Goods von der John Hunter Reihe, 35 Euro fach, let's go, wir gehen rein, Abfahrt, vielleicht habe ich ja Luck, kommen wir in die Freispiele, ich hoffe doch, wünsche mir Glück, oder schickes Bild, da wäre es fast gewesen, 385. Komm. Wegen sind überragend. Komm, 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 komm. Schade. Gekracht doch mal was. Ja, fühlt sich auch einfach. Komm, 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 komm. Nicht erst meinen, komm. Ja. Let's go. 4343 Euro für Freispiele. Komm, komm, komm. Jetzt was knallen. Viele Wilds rein. Wild, wild, wild. Nee, 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 nee. Wilds, 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 wilds. Diggi, mach doch ein paar. Ja, immerhin. 600 Euro für das. Stimmt, krass. walt 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 am besten zwei stück anbauen und das ja okay im besten fall in nice reine heißt nehmen wir ja nicht aufgeben nicht aufgeben jetzt haben wir eine reelle chance das zu holen ja nämlich jetzt noch mal weit vielleicht kriegen wir den kopf wir kriegen den kopf let's go von crazy session machen weil jetzt war macht das war vielleicht mal eine reihe mit dem kopf ja leider nur noch zwei spins jetzt mach einmal kopfreie 40 euro fach kommt einmal jetzt 1.380 euro ja wer war mein kopf geh rein geh rein geh rein geh rein geh rein das wärs gewesen schade schokolade der hätte uns gut retten können hier ich war mir auch 420 nice ich war mir eigentlich auch relativ sicher dass der jetzt noch mal irgendein bild macht aber zumal auf dem einsatz hätte das gut geschmeckt geh rein geh einfach direkt noch mal rein jetzt nicht so lange schnacken einfach machen nicht so lange schnacken einfach mal rein nicht so lange nicht so lange Das war's für heute. Schwierig. Schwierig hier. Schwierig. Das war's für heute. Die ganze Zeit gar nichts mehr, oder was? Ja! Witzig euer Fach. Macht es zu Hause auf keinen Fall nach, ihr seht was ich hier mache. Wenn wir jetzt einfach knallen rum. Witz. 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 Cool. Witz. Schnelles. Geh rein. Ja. Komm, jetzt schalle einfach was auf 30 Euro und weg, dann geh ich hier hoch raus. Ja. Alle Wilds rein da. Jo, Wilds, 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 Wilds. Ja. Gut. So, und jetzt drei nebeneinander. Bam, 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 bam. Komm. Tuff, 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 tuff. Wilds. Ohne Wilds sind wir hier aufgeschossen. Wilds. Ja. Oh, gut. 750, nice. Wilds. Ich mach die Wilds, ich will zum Kopf. Kommt schon. Kommt schon. Trotzdem nochmal gutes Bild. Ach komm, mach doch die Wilds. Zwei Stück. Ah. 1,8. Okay. Ich hab ja gehofft, dass er jetzt richtig schallert auf 5.000. Ja. Der muss rein. Dann sind wir ja gut dabei. Macht er natürlich nicht. raus. Wer spielt auch so ganz ehrlich. Wir gehen in den Club Royale, Blackjack VIP. Nein. Ich will nicht auf das nächste Spiel warten. Gehen wir halt nicht in VIP. Gehen wir in das normale. Okay. Okay. Wir warten auf the next round. Komm jetzt. Ach Jungs, mach doch mal hier ein bisschen schneller. Ach Mann. 17. Die hatten wir gecatcht. 1.540 Euro Einsatz. Let's go. Die müssen wir ja gewinnen. Die Hand. Ah. Jetzt hängst du da, ne? 1 gegen 1 gegen mich. Jetzt komm. Nice. Das. Das hätte ich auch gern genommen. Ja. Schmeckt. Ich teile. Gegner. 2. Let's go. 17 und 20. Okay. Okay. Na okay. Dann gucken wir mal. Was wir hier kriegen. 3040. Puh. Ja Jungs, beeil euch. Komm. Okay. Eine gewonnen, eine verloren. Das war ein bisschen unnötig, ne? Hätte ich einfach normal spielen sollen. Komm, lass mich die Gewinnern, geh ich raus. Für heute. Auch wieder eine lange Folge heute. Für euch. Neues Deck, neues Glück. Einmal Blackjack zum Mitnehmen und dann. Die hat gar keinen Bock mehr. Krass. Come on. Acht gegen sieben, sag ich. Boah. Gegen Ass, Junge. Nein, ich will keine Versicherung. Achtzehn und. Auch krass, ich hätte mit mich auf zwei mogeln können. Aber mach ja kein Bett. Komm, jetzt hau rein. Lass mich die Hand irgendwie gewinnen. 100 Mal ziehen, bis sie sich überzieht. Komm. Ja, Freunde, diese Runde dauert echt zu lange. Aber egal, wenn ihr mir jetzt meine 3.000 Euro gebt, bin ich zufrieden. Für heute. Dann habe ich echt viel erlebt. Leider nicht den richtigen Hit geholt. Aber, ja, alles erlebt. Und 20. Ja, wovon träume ich nachts, ne? 3.000 Euro gebt, ne? Und 20. Das ist ja so. 1. 2. 5. mal gucken was wir ziehen nice 20 erzogen hier mit dem glücksbringer der heute auch kuscheln komm jetzt das sollte ja wohl reichen nein 4887 zocklin 1000 lass mich die hand gewinnen 3 gegen 5 klatsch eine 6 drauf und dann eine 10 15 sagt der kleine ziehen sagt er und weg hatte irgendwie aber im gefühl dass die verlieren ja jetzt habe aber auch bitte 20 oder so ja fühle ich mich nicht so schlecht so und die gewinne ich jetzt deswegen gehe ich auch ein bisschen höher rein 2075 dann wären wir bei 5800 komm let's go glücksbringer ist dabei komm abfahrt jetzt gib mal einen blackjack 8 ok 18 gegen 18 ne sieht mir doch ein push aus hoffentlich nicht hoffentlich hatte irgend so eine niedrige 5 oder so ist bei 13 und ein 10 drauf komm jetzt lass mich lack haben ich sag ich verliere ja nicht komm jetzt 2100 euro einsatz komm abfahrt komm mal da 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 ach klar dinger jetzt ist wirklich schwierig alter ja cool mega zum lachen ja die würde ich auch anmeckern 1700 meter in all in die würde ich auch anmeckern Junge gönn doch mal jetzt was ja klar perfekt per getroffen und ich spiele kein zeitbett will die mich oh man Digga 16 gegen 9 was soll ich da machen vielleicht vielleicht habe ich Glück ja Freunde so kann es auch mal laufen falls ihr doch mal zocken wollt checkt die links in der video beschreibung dann vergisst nicht Glücksspiel kann sich nicht machen spielt bitte nur mit dem Geld was ihr überhaupt haut rein machts gut bis morgen euer Gemütschel Ciao